ich meine seite schon im klaren dass wir alle töten ja einfach so nicht entkommen lassen Ich hab' sie! Hier drin! Scheiße! Nageln sie fest! Wie ist's zu dem Laden gelaufen? Letter Versuch! Wenn du mich töten willst, dann mach doch, wenn du dich traust! Noch mehr? Ja, du! Bestimmt noch! 300.000! Wir brauchen ja noch ein bisschen Spielzeit! Wo ist der Weg? Da kommen, ey, keine Sorge, da kommen noch 100! Wir müssen noch die Spielzeit ein bisschen strecken! Damit die Story noch ein bisschen interessanter wird, weil die... Oh, egal! Noch nicht! Ich heb' mir das noch auf! Oh ja, Zettel sammeln wär'n schön jetzt! Zum Runterkommen! Hm... Mein Controller ist übrigens sehr gut! Also... Ich könnte Fortnite, könnte ich auf jeden Fall competitive spielen! Definitiv! Ja? Faze hat schon angefragt! Die haben gefragt, ob ich mich als Maskottchen für beschissenes Aim daneben stellen kann, damit die Spieler von Faze noch besser aussehen, als sie jetzt schon aussehen! Okay... Okay... Der Weg zum Resort. Okay? ... Das war's für heute. Oh, shit. Weg hier! Oh, Gott. Das sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Wie komm ich da rein? Hm. Hallo. Komm schon, komm schon. Du schaffst es. Noch ein kleines Stück, Kumpel. Lass ihn in Ruhe. Er spürt doch nichts. Ach, scheiß drauf. Ich hatte ihm genau das versprochen. Es ist zwar ab. Schon wieder Mateo? Wie viel Mateos Leben denn hier? Ja. Schon wieder Mateo? Okay. Na, Ellie, hab heute schon in den Spiegel geguckt? Wie viel Mateos Leben denn hier? Wie viel Mateos Leben denn hier? Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Ja. Jimmy, die Tulpe. Thanks for the raid. Uh-oh. Uh-oh. Dankeschön, Jimmy. Ich weiß nicht, ehrlich, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Habt ihr in der Last of Us geguckt? Das Ding ist halt, der Last of Us spaltet halt in sehr viele Lager. Ich weiß nicht, ob... Oh. Also, ich sag mal gleich vorweg. Also, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Aber ich möchte euch gleich ein Disclaimer geben. Äh, wir spielen die Last of Us und wir behandeln dieses Game sehr, 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 sehr ironisch. Sehr, sehr, sehr sarkastisch und sind nicht die größten Fans. Also, falls euch das eventuell nicht zusagt, würde ich euch, glaube ich, empfehlen, eine andere zu einem anderen Game wiederzukommen. Aber schön, dass ihr da seid. Was habt ihr gezockt heute? Moin. Jimmy hat Schiffe versenkt. World of Warships. Okay, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sind nämlich auch mitten im Krieg. Wir sind mitten im Krieg und ich bin kurz vorm Platzen. Also, heute gibt's noch ein kleines Feuerwerk. Aber nicht das Angekündigte, was die Stadt bezahlt hat. Okay. 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 Gah! Ha! Infizierte sind los! Scheiße! Ha! 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 Ah! Es ist Mist, wir haben angegriffen. Ich glaub, das kam von da hinten. Er... Streuner! Hier! Hier! Mach sie alle! Mach sie alle! Sie sitzt in der Falle! Leiter! Leiter! Stop! See you! Get in, you guys! Put it down! das war jetzt nicht der plan das war nicht der plan ich stehe auf super leicht weil ich kein bock habe auf schwierigkeit die kämpfe sind irgendwann sehr nervig okay dann machen wir das anders sucht weiter hey 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 wo wo alles klar okay gimme a little fucking back die ganze ist nicht nur der halber beide er wie auch wir haben weiß der geier wie viele leute wir schon getötet haben kann es gar nicht mehr zählen ohne scheiß das sind doch unzählige deswegen habe ich auch den schwierigkeitsgrad runtergestellt weil du halt wirklich so oft so große gruppen von gegnern hast dass du das geht nicht gerade und das schönste ist wenn man das mit elli spiel könnte man sich nebenbei noch den supergeilen soundtrack an machen zu irgendeinem splatter movie bei erzählen tut sie eh nix also kannst du halt voll durch hauen das ist echt gut hier ist noch irgendwo einer ich habe doch noch jemand gehört die eine die eine dame oben noch ja 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 hi kiva 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 z!!! kiva うl kiva wir müssen die notiz abheften sehr gut zettel 1572 eingesammelt endlich mal wieder ins zettel endlich lesen danke wenn ich mir alle zettel durchlesen würde in diesem game dann würden wir wahrscheinlich gerade mal bei der hälfte sein so viel zettel wie hier rumliegen die erzähle die zettel erzählen die auch mehr als ganz story selber schweiße was ist hier los wir werden angegriffen von dem denn Rainer! Dein Ritten! Du bist tot, hörst du? Du bist tot, hörst du? Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot, hörst du? 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 Geh runter zum Strand. Nichts zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Du bist tot, hörst du? Malos! Du bist tot, hörst du? 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 Du bist tot, hörst du?